Hallo, hier ist der Simon. Joko, ich bin ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, über das Unusual Memes Video. Ich habe heute erst leider gesehen, dass das Video einfach bei 8 Minuten 30 mittendrin endet. Ich wollte heute im Stil noch aufmerksam, weil ich es nicht mal gesehen, weil ich die letzten Tage nicht so Zeit hatte zu gucken. Das Video hat auch übelst viele Dislikes, du hast über 2000 Mal gedisliked. Wie kommst du denn auf die Idee? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja noch nie was zu kritisieren gehabt, ne? Aber wie kam es denn auf die Idee? Hi Simon, ja, ich wollte mich entschuldigen dafür. Ich hatte Sabine da schon geschrieben zu, das war richtig dumm, was ich gemacht habe. Und es kommt noch nicht wieder vor. Gestern lag das nicht daran, dass ich irgendwie das Video geschnitten habe und bei 8 Minuten dachte, kein Bock mehr, bis 8 Minuten passt und dann hoch. Sondern gestern war einfach zeitlich übel schwierig und Sabine braucht das Video halt relativ früh. Und ich war gestern halt ein bisschen spät dran, weil ich gestern noch mit dem Zug von Hannover nach Weimar gefahren bin und so noch davor das heute in so ein Video geschnitten hatte. Und dann habe ich gedacht, kürze ich das lieber ab, bevor ich jetzt zu lange brauche und Sabine das dann irgendwie zeitlich nicht mehr schafft. Was halt dumm war und ich habe mich zeitlich da verplant. Ja, das war einfach alles ein bisschen unlucky, hat es zusammengespielt, dass du mit Problemen mit deinem Rechner hattest und ich dann auch noch im selben Atem zugesagt habe, yo, könntest du mir die Videos früher schicken? Ich habe es einfach alles ein bisschen doof gelaufen. Das Problem ist, die Zuschauer haben es halt auch genau falsch aufgefasst. Also so wie es halt auch rüberkommt, so haben die es halt alle aufgefasst. Obwohl es halt überhaupt nicht die Intention war, dass wir dann ein kurzes Video für Skate machen wollten, sondern dass einfach unglückliche Zusammenhänge waren mit deiner Technik, dann deiner Bahnreise und so weiter und so fort. Und ja. Hey Leute, ich bin's, Joko, an der Stelle. Entschuldigung, tut mir leid. Ich habe es verkackt. Es war auch ein bisschen unlucky, aber ich habe es verkackt. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Ich und Simon haben uns dazu entschieden, hier vorher dieses kleine Statement hochzuladen, weil es natürlich vollkommen Blödsinn ist, wenn Simon den ganzen Hate dafür abbekommt, weil das war mein Fehler und es war auch überhaupt nicht die Intention, damit mehr Geld zu verdienen oder das auf so wenig Arbeit wie möglich zu reduzieren. Es war einfach ein bisschen unlucky und ich habe auch verkackt. Muss ich ganz ehrlich sagen, sorry dafür. Als kleine Entschädigung gibt es jetzt noch natürlich den Rest vom Meme-Video. Viel Spaß. So just follow up with your eyes, okay? Okay. Er hat einfach gar nichts mehr gemacht. Oh, 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 oh. Oh, starker Trickshot, starker Trickshot. Oh, 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 oh. Oh nein, ich kenne auch diese Knarre. Das ist die Knarre vom ganz alten Super Nintendo mit diesem Duck Hunt Spiel. Nicht nur Super Nintendo, dem Nintendo. Nintendo Enders Helms, da gab es diese Knarre mit diesem Duck Hunt Spiel. Oh mein Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach du Scheiße. Oh Gott, bitte nicht zubeißen. Nein. Ah, hat nur geschleckt. How to get a mouse out of exhaust. Okay, wie kriegt man eine Maus aus dem Auspuff raus? Oh nein. Look at this fucking bullshit. Do a flip. Do a flip und dann macht er wirklich einen Flip. I'm fast. I'm so fast. Hey. I would die for you. Oh, diese Katze ist so fett. Oh Gott, nein. Oh Gott, das geht schief. Oh nein, nicht auf die Rutsche. Nicht auf die Rutsche. Ich glaube, das können wir nicht zeigen. Ich glaube, wir müssen ganz kurz... Moment. Er ist sicher im Wasser. Er ist sicher im Wasser gelandet. Macht euch keine Sorgen. Er ist sicher im Wasser gelandet. Er ist einfach im Scheiß. Wah, ekelhaft. What? You just take that from my shoe. Fuck. Oh, look. Right. Please rock. For our national anthem. Open up the safe bitches. Got it. Not the safe to see. Oh. Hä? Als ob er so schnell die Autoscheibe kaputt macht. Boah. Als ob. Was macht der? Der fehlt mit dem Tenno-D. Willst. Willst. Will das Gerät. Oh, süß. Labradorer sind so süß, oder? Labradorer sind so süße Hunde. Oh, die sind so süß. Die sind so geulig. Also, ist ja eher... Wahrscheinlich eher als Golden Retriever bekannt. Aber es sind ja alles Labrador-Hunde. Labrador-Retriever. Oh, süß. Ich habe recht genommen. Ja. Oh, mein Gott. Fliegt der jetzt los? Oh, so. hehehehe AAAAAAAAAAA Society has failed to do doesn't do it Go Plu oh shit oh MEH MEH WTF Ach du Scheiß Ohohoho Hehehe 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 Stark Damn Oh shit Boa Oh nein, das Spiel geht kaputt Ich sag euch, das Spiel geht 100% kaputt Oh du Scheiße Ooooooh 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 Dead Oh Gott Ach du Scheiße Ach du Scheiße Ach du Scheiße Die arme Katz tut mir leid Aber sie hat so hin und her geguckt You know I ain't scared to shoot две Ah Hehehe Oh nein, 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 mach keinen Scheiße Nein, oh Gott Ohohohohohohohoh Der hat einen kleinen Hut Oh shit Oh mein Gott, diese Musik ist so episch Sobald diese Musik anfängt Interstellar, falls ihr den Film noch nicht geguckt habt Guckt euch diesen Film an, dieser Film ist so episch Guckt euch diesen Film an, Interstellar Dieser Film ist so episch, Alter So episch, so episch Ich muss kurz nochmal diesen Clip gucken, weil er einfach so episch ist Hans Zimmer, kranker Typ Der macht wirklich kranke, epische Filmmusik Hans Zimmer, kranker Typ Oh mein Gott So, my sister put too much pepper on her egg And thought a vacuum would solve the problem Problem Also Die denkt, die kann den Pfeffer absaugen mit einem Staubsauger Aber was passiert jetzt natürlich Die saugt wahrscheinlich das ganze Omelette ein Rip Ja, war klar Also wer kann denn auch so dumm sein, Alter Außer ich Oh nein Macht sowas nicht drin Macht sowas niemals in der Wohnung Glaubt mir Oh Gott Oh Gott, der hat den Finger geschnappt Ach du Scheiße Oh nein, mach nicht Mach nicht Ja, knapp, dann nimmst du auch vorbei Oha Oha oh die arme mäuschen oh nein der dackel hat sich einfach die ganze schale hundewutter mitgenommen das ist aber auch muss man kurz zurück spuren er wollte er gerade er hat anstatt dem plektrum hat er sich ein keks genommen aber er wollte gerade das lied spielen ich glaube through fire in flames und so was...oda das auch ein richtig geiler Song Dana Kadar dHEN aber na ja mit dem kekse ist nicht die Katze wild süß süß oh was? was ist das denn?! eine Wüstenspringmaus oder eine normale Ratze? Oh ne, das kenn ich schon Oh, das kenn ich, weil Das sind die Folgen, wo wir angefangen haben zu gucken Wir haben erst vor zwei Folgen angefangen zu gucken An Yuji Memes Erst Folge 98, 99 und jetzt 100 Ja, das kennen Oha, es waren wirklich gute Memes Ich hab selten so viel gelacht bei einem einzelnen Video Na gut, ab und zu passiert schon mal Wenn ich ein Sascha-Video gucke oder so Aber ey, das waren wirklich gute, ausgewählte Memes Es waren starke Memes dabei RIP Oh, jetzt kommt die Folge 100 Hey Anyway, it's getting late Good night New camp relation every Sunday Ey, richtig gut gemacht Richtig, richtig cool Richtig cooles Special für die 100. Folge Ey, wenn ihr Unusual Memes noch nicht kennt Ich finde, das sind echt nice Memes Natürlich nicht auf dem deutschen Bereich, sondern international so Aber ey, super, super stark Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen Schaut vorbei bei Unusual Memes Küsschen gehen raus Ey, richtig, richtig nice Ich bin froh, ich bin froh! Ich bin froh, ich bin froh Untertitelung des ZDF, 2020